Wir sind jetzt in der Weihnachtsstory aus dem Lukas-Evangelium. Das ist nicht so sehr eine Geschichte über Gott, sondern eine Geschichte, was Gott mit deinem Leben macht. Gott macht Outsider zu Insider. Du willst es nicht kompliziert haben? Dann kann es gut sein, dass du an den Segnungen von Gott vorbeigehst. Und etwas ist aber mega zentral. Bei Gott ist nichts unmöglich. Lukas beginnt seine Weihnachtsgeschichte viel weiter vorher. Eineinhalb vorher und spricht über zwei Personen. Das ist auf der einen Seite Zacharias und auf der anderen Seite Maria. Zacharias ist alt und out. Er hat kein Kind. Das heisst, das war nicht nur ein emotionales Problem, sondern ein soziales. Das war die Altersversicherung damals, dass man Kinder hatte. Aber es war noch viel mehr. Es war eine Ausgrenzung. Es war die Vernichtung von seinem Geschlecht. Sein Stammbaum geht unter. Mit keinem Kind hast du das ganze Erbe einem anderen Stammbaum gemacht. Dein Name ist ausgelöscht worden. Zacharias wird vergessen gehen. Und Gott kommt zu diesem Mensch und widmet sich ihm. Und sein Name, Zacharias, ist Programm. Weil Zacharias bedeutet, Gott erinnert sich an mich. Und genau das macht Gott in die Weihnachtsgeschichte. Er kommt und erinnert sich an Zacharias. Weisst du was? Gott hat dich auf dem Radar. Er hat dich im Visier. Er sieht dich, wo immer du jetzt bist, was immer du machst und was du denkst und was du vorhast. Er sieht sich. Er erinnert sich an dich. Und auf der anderen Seite ist Maria. Blutjung und ein Landmeidchen. Dazumal in der sozialen Stellung weniger wert als ein Tier. Frauen waren degradiert als sexuelle Eroberungsprojekte, um sich sexuell abzureagieren. Und es war das Christentum, das die Gleichstellung von Frau und Mann auf Gleis geholt hat. Wo wir heute leider immer noch darum kämpfen. Aber das ist alles aus dem Christentum herausgeboren. Warum? Weil da ein Gott ist, der kommt und sagt, du sollst Mutter werden vom Retter dieser Welt. Die Botschaft ist die, Gott will dich reinholen. Aus Alt und Out, aus Unbekannt und Jung macht er Personen, die bis heute bekannt sind. Er holt von den Rändern der Gesellschaft in die Mitte ein. Der C.S. Lewis Literaturwissenschaftler in Oxford war ein Aufsatz geschrieben, der weltbekannt ist. Und er kommt unter dem Titel Der Inneren Ring. Und seine These ist dort, er sagt, jeder Mensch hat den Wunsch, dazu zu gehören. Was er sagt, ist nicht etwas Neues. Menschen vor ihm und nach ihm haben das unterstützt. Karl Marx sagt, wir sind soziologisch nicht zu Hause. Wir gehören nicht dazu. Heidegger sagt, wir sind existenziell nicht zu Hause. Und Sigmund Freud sagt, wir sind psychologisch nicht zu Hause. Louis sagt, wir haben ein brennendes Verlangen in uns, im Inneren Ring zu sein, dazu zu gehören. Und er sagt, wir versuchen das kreativ oder naiv, hyperaktiv oder sogar destruktiv. Überall versuchen wir dazu zu gehören. Und kennst du das? Das ist unsere, nicht nur Not, sondern das ist unsere Gesellschaft. Wir brauchen immer den Schritt neu dazu, in diesem Inneren Ring zu bleiben. Und wir kämpfen uns dagegen. Wir schauen, dass andere nicht einkommen. Und der C.S. Lewis sagt, wer es schafft, dem Fluch vom Inneren Ring zu entkommen, der kommt an den Ort, der verwechselnd ähnlich ist mit dem Inneren Ring. Wo du plötzlich merkst, da bin ich zu Hause. Es ist der Ort, wo du merkst, endlich bin ich da. Und die eigentliche Frage ist, wo kommst du heim? Und Gott kommt mit einer Weihnachtsgeschichte, wo er die Leute heim holt. Er holt sie im Mittelpunkt und er stellt sie hin. Und er bringt Frieden in ihr Leben ein. Weisst du, wie Gott dich sieht? Er sieht dich als Insider. Er hat sein Augenmerk auf dich geworfen. Er schaut auf dich. Er ist Fan von dir. Und das Christentum sagt, schau, nicht ansehen und deine Leistung zählen. Nicht den Kampf darum, immer im Inneren Ring zu sein. Sondern ich hole dich in. Ich mache alles. Ich gebe dir alles. Vertraue dein Leben mehr an. Mach, was Maria sagt, nachdem sie Begegnung mit Gott hat, die dann sagt, da bin ich. Ich bin deine Magd. Ich gehöre dir. Das Zweite. Mach du das Gewöhnliche, dann macht Gott das Aussergewöhnliche. Wo finden wir die zwei, Zacharias und Maria? Es ist eher im gewöhnlichen Umfeld. Zacharias erdient als Priester. Das war sein Job. Das war das, was er gemacht hat. Das war sein Alltag. Dort war er anzutreffend. Die Maria war dort anzutreffend, wo sie zu Hause ist. Das ist in ihrem gewohnten Umfeld. Sie machen, was sie schon immer machen. Und in diesem Moment erleben beide ein Wunder. In beiden Fällen kommt der Engel Gabriel und sagt, du wirst Vater werden, du wirst Mutter werden. Er ist zu alt, sie ist zu jung. In beiden Fällen ein Wunder. Der Punkt ist, mach du das Gewöhnliche. Und Gott sorgt für das Aussergewöhnliche. Das ist ein Prinzip bei allen Wunder in der Bibel. Dass du siehst, Menschen machen das Gewöhnliche. Fang nicht an, für Gott die Wunder in deinem Leben zu machen. Petrus hat mussten den ersten Schritt auf das Wasser raus machen. Und dann ist das Wasser hart geworden unter seinen Füssen. Die Schüler von Jesus hatten fünf Brot und zwei Fische. Und sie hat nicht gewartet und gedacht, wann gibt es eine Menge von Fisch und Brot, damit wir alle füttern können. Sondern sie sind gegangen, haben fünf Brot und zwei Fische gehabt und haben angefangen zu verteilen. Und das Wunder ist passiert, indem sie das Gewöhnliche gemacht haben, verteilt. Die Weise ist nicht, warte und staun, sondern starrt und erwarte. Auf die Ansage des Engels antworten beide und reagieren anders. Und es gibt andere Folgen. Zacharias fragt, woran erkenne ich das? Und Maria, wie soll das vor sich gehen? Die Reaktion von beiden ist eigentlich gleich. Nur das Motiv dahinter ist anders. Zacharias rechnet und sagt, unmöglich, ich will einen Beweis. Maria wundert sich und fragt, wie ist das möglich, ich will einen Hinweis. Er wird stumm, sie wird sprachlos. Eigentlich genau das Gleiche. Und beiden nimmt Gott sich an. Und das möchte ich anschauen. Bei beiden passiert eigentlich fast das Gleiche. Aber die Reaktion des Engels ist jeweils eine andere. Bei der Maria sagt der Engel, schau mal etwas, ich sage dir etwas Theologisches und jetzt hast du Zeit, neun Monate lang darüber nachzudenken. Sagt, bei Gott ist nichts unmöglich. Lese Lukas 1, Vers 39, unterstreicht er den Vers. Dann schläfst du deinen Duden auf, unter dem Wort unmöglich, streichst es durch und schreibst nebenzu, theologisch falsch. Schau, bei Gott ist nichts unmöglich. Es ist nichts unmöglich bei Gott in deinem Leben. Nicht. Nicht. Es ist interessant, dass die Aussage, bei Gott ist nichts unmöglich, genau zehnmal in der Bibel kommt. Es ist der Vers, den unser Sohn Timeo als Segnungsvers bekommen hat. Und oftmals, ich knüle ans Bett am Abend, wenn wir ihn ins Bett bringen, und dann zeige ich ihm nur noch die zehn Finger. Und ich frage ihm, Timeo weisst du noch? Und dann flüstert er mir und sagt, bei Gott ist nichts unmöglich. Für jeden Finger, den du hast, sagt es einmal in der Bibel, bei Gott ist nichts unmöglich. Zu der Maria sagt der Engel, bei Gott ist nichts unmöglich. Sie wird sprachlos. Bei Zacharias sagt Gabriel, du wirst dumm. Neun Monate lang wirst du darüber nachdenken, was bedeutet, einen Gott zu haben, der über Himmel und Erde, über mein Leben und über alles regiert. Und ich habe gemerkt, das ist ein Prinzip an Gott. Oftmals, bevor er an Probleme arbeitet, arbeitet er an der Person. Es ist sehr oft so, dass Gott, bevor er an der Lösung in deinem Leben arbeitet, arbeitet er an dir. Und das ist sehr cool, dass sie im Leben von Laura sehen, wir wollen in unsere Church gehen, unsere Church feiern. Und ich habe mir gesagt in den letzten Aufzeichnungen, wenn wir nicht in die Church gehen können, dann bringen wir die Church nach Hause. Und wir gehen zu Laura, sie erzählt ihre Story, wo wir sehen, oftmals schafft Gott an der Person, bevor er an Probleme arbeitet. So, jetzt sind wir hier bei Laura. Das ist in Stefan. Das sieht so aus. Jetzt schauen wir mal, ob sie zu Hause ist. So, jetzt geht es hier hoch. Hallo! Hey, Laura! Ich kann die Schuhe abhalten. Ah ja, sehr gut! Genau! Also, jetzt sind wir hier in deiner WG. Genau! Herzlich willkommen! Ja, danke, du bist alleine hier. Ah, schöne Fotowand. Cool! Komm, wir gehen gleich in die Stube, ist gut! Ja, sehr gut! So! Yes! Da sind wir also! Genau! Hey Laura, danke vielmals! Darf ich bei dir sein? Ja, schön, dass du gekommen bist! Hey, es ist mega cool, dass wir deine Story hören. Du bist körperlich eingeschränkt, behindert. Was ist genau passiert? Ich habe das Geburtsgebrechen. Ich bin in der 28. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen. Und ich hatte zu wenig Sauerstoff bei der Geburt. Und dadurch hat es eine Hirnschädigung gegeben. Und ich kann jetzt, wie meine Muskeln, nicht normal ansteuern eigentlich. Ähm, ich habe relativ viel Mühe mit dem Gleichgewicht. Ich habe ein wenig ein veränderendes Gangbild. Das macht alles recht viel anstrengender. Ähm, und ist halt zum Teil auch nicht so gäbig für alle Gelenke. So, gibt ein wenig schneller Schmerzen beim Laufen. Krass! Jetzt, du bist auch eigentlich immer mit dem Gottesgedanken aufgewachsen. Also, fromm oder du glaubst an Jesus. Wie hast du diese Spannung erlebt? Also, im Sinne von, hey, wieso macht der Gott nichts? Ich weiss nicht. Gott ist für mich in erster Linie immer die Adresse gewesen, wo du hinzugehen kannst. Mit allem. Ähm, es ist wie, wenn ich mich alleine gefühlt habe. Wenn ich traurig war, weil ich Sachen nicht mitmachen konnte. Wenn ich Träume hatte, die ich nicht verwirklichen konnte. Vielleicht auch in der Berufswahl oder so, weil ich gewusst habe, ich habe einfach keine Chance. Dann war Gott der Ort, wo du hinzugehen kannst. Immer und immer und immer wieder. Und ich habe... Du hast so ein inneres Gottesverständnis gehabt, er ist eine Adresse und nicht ein Automat. Ja, voll. Also, eine Adresse, wo du hinzugehen kannst und nicht einfach ein Automat, wo du etwas holen kannst. Voll. Und diese Fragen sind natürlich auch gekommen, oder? Also, das hat man ja mit jedem Menschen auch. Wenn ich das Gefühl hätte, du kannst mir das geben, was ich will und du willst einfach nicht. Dann gibt es schon Phasen, wo ich auf den Tisch klopfe und sage, ich finde das nicht fair, was du machst. Aber es ist gleichzeitig auch... Es gibt irgendeine Geborgenheit. Es ist wie eine Beziehung zu dem Gott, die mir wichtiger ist, als das, was er mir geben kann. Und trotzdem hoffst du mega auf, dass er eingreift. Er ist auch ein Gott der Wunder, oder vom Aussergewöhnlichen. Ja, voll. Und jetzt war es eine krasse Situation. Also, du suchst das einerseits übernatürlich, andererseits auch natürlich, oder? Und eine natürliche Hilfe wäre auch durch den IV, den du beansprucht hast. Oder hast du einen Anspruch nehmen? Jetzt kommt da Rückmeldung nach monatelangem Warten. Genau. Und in diesem Brief stand eigentlich, ich hätte keinen Anspruch auf IV-Renten. Und der Antrag wäre 100%? Ja, also man stellt einfach einen Antrag und sie prüfen dann, wieviel man bekommen würde. Ja, aber ich habe eigentlich gehofft auf eine volle Rente. Weil ich habe es schon probiert mit zu arbeiten, sehr niederprozentig. Und an verschiedenen Orten auch. Ja, in verschiedenen Settings, sogar in verschiedenen Branchen auch. Und ich habe in den letzten paar Jahren immer wieder, wirklich an meine Grenzen hin, eigentlich mich wie vorausgabt beim Arbeiten. Weil ich fand, ich will niemandem auf der Tasche sitzen und so normal sein wie möglich. Und es ist einfach nie gegangen. Es ist immer zu viel gewesen und mir ist es wirklich schlecht gegangen. Einfach, weil es energietechnisch nicht gelangt hat. Und ich merke, krass, du willst ja eigentlich, aber es geht einfach nicht. Du bekommst immer eine Grenze. Und dann kommt der Brief und es heisst 0%. Genau. Und das ist etwas, da kann man noch Einsprache erheben. Und ich weiss jetzt nicht, wie der Bescheid dann irgendwann mal definitiv ausfällt. Aber es ist wie so, meine Hoffnungen waren komplett zerstört. Ich habe immer... Du bekommst noch mal den Moment an, wo der Brief kommt und du lest 0%. Wie hast du reagiert? Ja, es ist einfach... Es ist wie so erstarrt für einen Moment. Und es ist plötzlich alles so tauber und dumme. Man sitzt wie so da und irgendwie... Keine Gefühlsregung, gar nichts. Die Welt bleibt stehen. Ja. Ui nein. Das habe ich nicht erwartet. Und im zweiten Moment ist was gekommen? Tief durchatmen. Und dann habe ich überlegt, gehe ich es jetzt meinen Eltern sagen? Weil meine Eltern haben mich in den letzten Jahren sehr finanziell unterstützt. Also es geht wie sie auch etwas an. Und dann habe ich gefunden, nein... Jetzt gehe ich einfach ins Bett. Und dann habe ich mir morgen weiter überlegt. Und da ist gar kein Gedanke, gar kein Gebet drinnen auch gewesen? Oder ist da auch ein Gedanke gekommen, hey, was ist eigentlich nicht Gott? Doch, ich glaube, da war ein Gebet. Ich habe auch gebetet. Aber dann... Ich habe gemerkt, da ist so viel Unruhe in mir drin. Und ich habe wie... Oder ich mag mich gar nicht mehr so erinnern an das Gebet. Ich weiss, ich habe gebetet. Ich weiss nicht mehr was. Es war einfach so, irgendwie... Es hat jetzt alles keinen Sinn. Ich gehe am besten einfach schlafen. So nach einer Pause? Ja, genau. Und dann am nächsten Morgen, am nächsten Tag, ist etwas passiert? Genau. Also ich bin dann aufgestanden und ich habe eigentlich recht gut geschlafen. Was ziemlich atypisch ist für mich. Ich kann meistens gerade nicht mehr schlafen, wenn irgendetwas ist. Irgendetwas, das mich beschäftigt. Und dann bin ich mal aufgestanden. Und dann habe ich es meinen Mitbewohnerinnen erzählt. Beim morgens. Und nachher haben wir es irgendwie davon gehabt, meine Mitbewohnerin ist in die Kirche gegangen. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, ich gehe an mich nicht in die Kirche. Wegen Corona. Sollte man ja nicht und so. Und dann habe ich gedacht, doch, ich glaube, jetzt würde es mir gut tun. Wie an einen Ort gehen, an den ich nicht alleine bin. Wo ich mich auch auf Gott fokussieren kann. Wo man mit anderen Leuten auch Gott anbeten kann. Ich finde immer, das hilft so, wie aus seinem eigenen Strudel rauszukommen. Wenn man das nicht alleine machen muss. Und dann sind wir dort herangegangen. Das hat schon mal gut getan. Und nachher sind wir nach Hause gefahren im Auto mit der Mitbewohnerin. Und dann habe ich so zu ihr gesagt, jetzt muss ich beten, sonst wird das nichts. Und dann zuerst habe ich mit ihr noch bettet. Und nachher musste sie dann am Nachmittag arbeiten. Und dann bin ich zu der Schule hoch, die gerade in der Nähe ist bei mir. Dort hat es so Bänke, wo man mega schön über den See schauen kann. Und ich bin eigentlich den ganzen Sommer durch. Fast manchmal jeden Tag, manchmal zweimal die Woche dort hochgehockt. Einfach, um ein bisschen zu beten. Dort ist es noch schön und so friedlich. Man hat ein bisschen seine Ruhe. Und dann bin ich wirklich dort oben gehockt. Und ich habe schon Angst gehabt. Weil auf einmal habe ich gedacht, ich habe beim besten Willen keine Ahnung, wie ich 80% arbeiten soll. Das war eigentlich die Ansprache, die dir gestellt hat. Genau. Und ich weiss beim besten Willen nicht, wie das gehen soll. Und ich habe MPA gelernt. Das ist nicht ein Beruf, wo man so ein hohes Einkommen hat, dass man sagen kann, ich arbeite jetzt einfach 50% und es reicht. Irgendwoher muss Geld kommen. Irgendwie muss ich eine Lösung finden, damit ich arbeiten kann. Ja, keine Ahnung. Also dann ist eigentlich so sehr gewöhnlich. Es ist nicht passiert, dass du einfach herkommst, aber zudem kommt eine Last auf dein Leben. Ja, mega. Und dann? Und dann habe ich mir gesagt, ich gehe jetzt nicht von diesem Bänk weg. Ich bete so lange, bis ich wie einen Frieden bekomme. Also ich habe gewiss, das ist auch belastend für meine Eltern, und dann schaukeln wir uns nachher diesen Bescheid. Und wenn ich jetzt gegangen und völlig aufgewählt bin und sie auch, dann schaukeln wir uns wie noch gegenseitig etwas mehr hoch. Und das will ich nicht. Und ich habe wie auch gesagt, ich wollte immer auf Gott vertrauen. Und jetzt ist ein Moment, da läuft es nicht so, wie ich will. Überhaupt nicht. Und ich habe wirklich keine Lösung. Und jetzt, ähm, jetzt möchte ich das Vertrauen haben, oder ich möchte es entwickeln. Ja, ich möchte, dass das auch zum Ausdruck kommt. Hey, als Christin habe ich etwas. Das ist etwas Wunderbares. Da ist egal, was rundherum passiert. Ich habe einen Frieden in mir drin, weil ich weiss, da ist ein Gott, der kümmert sich um mich. Und ich habe dann mega viele, ähm, so Lieder gehört, die wir zum Teil auch in der Kirche singen, und habe die wie innerlich mitgesungen. Ich habe gebetet, ich habe in der Bibel gelesen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, jetzt ist es gut. Ich habe wie, ich habe sogar eine gewisse Freude bekommen, weil ich wie gewusst habe, Gott schaut für mich, egal, wie der Bescheid schlussendlich rauskommt. Yes, so gut. Schreibt doch Laura als Ermutigung. Feiert das miteinander. Lasst Gott in dir arbeiten, wenn er nicht an dir arbeiten will. Wenn Gott das Aussergewöhnliche nicht macht, das, was wir aus Wünschen, was wir hoffen, das ist das Wunder, das ich brauche, dann mach weiterhin das Gewöhnliche. Lest deine Bibel, geh ins Gebet, hör Worship, hör Musik, wo dich mit Gott connectet, such das Gespräch mit Leuten, bleib dran. Oft begegnet Gott uns auf den Trampelpfalden von unserem Leben. Dort, wo wir einfach das machen, was wir schon immer gemacht haben. Der dritte Punkt. Schau, Wunder sind immer aussergewöhnlich. Schau, wir alle wünschen uns Wunder. Wir sehnen uns danach, dass das Unmögliche passiert, dass das Aussergewöhnliche kommt in unserem Leben ein. Aber etwas muss dir bewusst sein. Wunder sind immer aussergewöhnlich. Dann schau unsere zwei Personen an, Zacharias und Maria. Ja, es ist ein brutales Wunder, dass Zacharias und Elisabeth, seine Frau, ein Kind bekommen. Aber ganz ehrlich, hast du dir schon mal eine Frau vorgestellt, die 60 Jahre alt ist und nochmal schwanger wird? Und 9 Monate lang das? Weisst du, Gott hat schon ein Wunder gemacht, aber keine Abkürzung. Sie hat ganze 9 Monate lang als hochbetagte Frau und das griechische Wort bedeutet, mindestens 60 Jahre sein musste für diese Bezeichnung. Als hochbetagte Frau ist sie 9 Monate lang schwanger. Und dann der Mann. Weisst du, ich als junger Mann bin schon fast draufgegangen bei der Geburt. Aber wie muss es wohl um Zacharias bei der Geburtshilfe gegangen sein? Und auf der anderen Seite Maria. Ja, erklär du mal deinem Mann, dass du schwanger bist, aber nicht von ihm, sondern von Gott höchstpersönlich. Ja, nicht nur das. Das hat Gesprächsstoff gegeben für die nächsten 9 Monate im Dorf und man hat darüber getratzt. Alle Segnungen von Gott sind immer Komplikationen. Schau, eine Beziehung ist eine Komplikation, eine Ehe ist eine Komplikation, ein Kind ist eine Komplikation, Zwilling reden wir gar nicht davon. Ein Job, den du neu bekommst, ist eine Komplikation. Wir wünschen uns die Segnungen von Gott, wir wünschen uns die Wunder. Aber vergiss nie, jede Segnung von Gott ist eine Aufgabe, jede Gabe. Ich fordere von uns eine Hingabe. Wunder sind gut, aber rechne immer damit. Alle Segnungen von Gott sind immer Komplikationen. Segnungen sind etwas Wunderbares. Und weisst du, was ich glaube? Gott macht Wunder. Er macht sie. Er macht sie in dem neuen Jahr, das vor uns steht. Ich glaube daran, dass Gott das Unmögliche in deinem Leben machen wird. Aber weisst du, das wird es nicht unbedingt einfacher machen, aber es wird es so richtig spannender machen. Und es lässt uns immer an etwas erinnern. Gott ist immer noch besser als seine Gabe. Wir wollen nicht nur die Segnungen von ihm, wir wollen ihn persönlich. Darum, wo der Engel Gabriel Maria erscheint, fängt er mit folgendem an. Er sagt, du begnadete. Das ist ein mega schräges Wort, aber wörtlich heisst, du sollst Wohlergehen haben in deinem Leben. Das heisst, sie soll nicht alles Mögliche haben, sondern sie soll etwas erleben, dass sie endlich zu Hause ist. Dass sie endlich im Inneren Ring ist. Und die Botschaft von Weihnachten ist genau das. Es ist nicht eine Aussage über Gott, sondern es ist das, was Gott mit uns im Leben machen will. Er will uns endlich nach Hause holen. An den Ort, wo wir sagen können, da bin ich. Ich stehe zu deiner Verfügung. Und endlich bin ich zu Hause. Ich möchte aufhören mit einer Geschichte von Nicky Gumbel erzählt. Er ist Pastor von der HTP Church in London. Er ist der Gründer vom Alpha-Kurs, wo es darum geht, was sagt eigentlich der christliche Glauben überhaupt? Ein Kurs, den ich selber mache, der mich immer wieder begeistert. Um was geht es eigentlich im christlichen Glauben? Und er erzählt von einem Mann von seiner Kirche dort in London. Und er erzählt seine Geschichte, wie dieser Mann Christ geworden ist. Er war ein Geschäftsmann. Er war auf Geschäftsreise in den USA. Und er sitzt am Abend von seinem Arbeitstag vor dem Rückflug im Taxi, wo ihn zum Flughafen fährt. Und er sieht auf dem Armaturbrett vom Taxifahrer vorne ein glückliches Familienbild. Und irgendwie kommen sie zusammen ins Gespräch, der Taxifahrer und der Geschäftsmann. Und irgendwann unterbricht der Taxifahrer und sagt, ich merke, sie sind nicht glücklich. Wenn sie ihr Leben Jesus anvertrauen, dann wird alles anders werden. Und der Geschäftsmann denkt, meine Güte, der redet mit Autorität, obwohl ich eigentlich Sagen habe. Er hat alles in seinem Leben erreicht, was er wollte. Er hat alles gehabt, was er braucht. Und sogar viel mehr. Aber er hat gemerkt, er ist nicht zu Hause. Und kurz bevor er am Flughafen, wie sie ankommen, aussteigt, sagt der Taxifahrer, warum gehen wir nicht miteinander beten? Und sagen sie, ich will mein Leben dir Jesus anvertrauen, ich will an dich glauben. Wir feiern nicht Weihnachten, weil Christus in die Welt gekommen ist, sondern weil Christus in dein Leben einkommen will. Und ich möchte dich fragen, willst du dein Leben in Jesus anvertrauen? Willst du nicht mit mir beten und sagen, ich glaube nicht nur, dass es Jesus gegeben hat, sondern ich will mein Leben nach ihm ausrichten. Ich will mich ihm zur Verfügung stellen. Ich glaube nicht nur, sondern ich vertraue ihm. Ich gebe mein Leben ihm. Und du wirst etwas erleben, du wirst nach Hause kommen. Lass mich für dich und mit dir beten. Und bete du mit deinen eigenen Worten, das, was ich sage, selber mit. Jesus, ich danke dir. Das Ziel von Weihnachten ist nicht, dass du einfach in die Welt gekommen bist, sondern dass du in mein Leben einkommst. Und ich gebe dir mein Leben, Jesus. Und ich sage das allererste Mal, du hast mein Leben. Mit allem, was so verrumpelt ist. Mit meinem ständigen Kampf, im Inneren ringt zu sein, dabei zu sein. Und immer wieder, das merke ich, ich bin es nicht. Mit allem, was ich gemacht habe in meinem Leben. Jesus, ich gebe mich dir zur Verfügung. Ich will sagen, wie die Maria, da bin ich. Ich will mit dir gehen, auf ein neues Jahr. Ich will mit dir Wunder erleben. Ich will erleben, dass alles anders wird. Ich wünsche mir nichts zu sehen, dass ich endlich zu Hause bin. Wenn du das jetzt gebetet hast, ich möchte es dir zusprechen, es wird alles anders in deinem Leben. Das ist das Versprechen, das der christliche Glauben dir gibt.